In unserer Reihe Das kleine Heimkino 1x1 erklären wir wichtige technische Grundlagen von Heimkino-Komponenten. In dieser Folge geht es um die Auflösung von Laser-TVs und Bibern. Los geht's! Wie bei Digitalkameras ist die Auflösung eines Projektors oder Laser-TV ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Wie immer gilt, je mehr, desto besser. Und im Heimkino-Bereich haben sich dabei drei Auflösungen etabliert. Die weichen ein wenig von den Original-Kino-Auflösungen wegen des anderen Bildformats ab. Wir beziehen uns also nur auf die Consumer-Auflösung. Erstens, Full-HD ist die klassische High-Definition-Auflösung. Sie entspricht 1920 Pixeln in der Horizontalen und 1080 Pixeln in der Vertikalen, in der Summe rund 2 Megapixeln. Am populärsten derzeit ist die UHD- bzw. 4K-Auflösung. Hier wurde die Auflösung gegenüber Full-HD von 2 auf 8 Megapixel vervierfacht. In der Horizontalen haben wir 3840 Pixel, in der Vertikalen 2160 Pixel. Bei vielen TVs und einigen High-End-Projektoren kommt jetzt sogar 8K ins Spiel. Hier haben wir es in der Horizontalen mit 7680 Pixeln zu tun bzw. 4320 Pixeln in der Vertikalen. Bis hierhin ist das alles recht einfach, doch jetzt wird es bei Beamern und Laser-TVs etwas kompliziert. Den Full-HD-Standard, den erreichen alle nativ. Das heißt, sie bieten genau so viel Pixel, wie der Standard erforderlich macht. Bei 4K-UHD-Auflösung ist es hingegen nur wenigen Herstellern gelungen, eine native UHD-Auflösung anzubieten und das auch noch in einem bezahlbaren Bereich. Eigentlich ist es nur Sony und JVC mit ihrer Elcos-Technologie gelungen. LCD- und DLP-Projektoren mit nativer 4K-Auflösung, die liegen preislich weit im fünfstelligen Bereich. Abhilfe schafft hier das sogenannte Pixel-Shift. Mit einem Aktuator, das ist ein vibrierendes Glas, wird die Full-HD-Auflösung vervierfacht sequenziell, indem die Pixel der Reihe nach mit einer hohen Frequenz von 240 Hertz und mehr geschoben werden. Die horizontale, vertikale, wieder horizontal und dann zurück zur Ausgangsposition. Das ergibt rechnerisch auch eine volle 4K-Auflösung und darf deshalb auch so genannt werden. Kritiker bemängeln, dass wegen der Überlappung, die durch das Pixel-Shift entstehen, dies nicht gleichwertig mit einer nativen Auflösung ist, weil ja hier die Pixel wirklich nebeneinander sind. Diese Kritik ist auch gerechtfertigt, doch tatsächlich erreichen diese Pixel-Shift-Systeme inzwischen eine so hohe Qualität, dass diese Geräte gar nicht mehr so weit von nativen 4K entfernt sind. Wer sich für dieses Thema mehr interessiert, dem sei unser kommendes großes Vergleichsspecial zwischen 4K und 8K-Shift ans Herz gelegt, das wir bei unserem Evitec-Studio in Luxemburg drehen werden. Natives 8K gibt es bei Laser-TVs und Projektoren bisher gar nicht. Entsprechend beworbene Geräte verfügen über eine native 4K-Auflösung und die wird durch dieses gerade beschriebene Pixel-Shift-System dann auf 8K erhöht. Doch wie viel Auflösung braucht man nun eigentlich? Hier ein paar Anhaltspunkte, bei denen wir die von den Evitec empfohlenen Sichtabstände zwischen einfacher und zweifacher Bildbreite voraussetzen. Ja, ein Bild unter 100 Zoll Größe, da reicht eigentlich schon die Full-HD-Auflösung für eine wirklich scharfe Abbildung. Ab einer Bilddiagonale von 100 Zoll, da sieht man allerdings dann schon deutlich den Unterschied zu 4K. Hier werden die Details einfach nochmal deutlich präziser herausgearbeitet. Ein Projektor oder Laser-TV profitiert also deutlich mehr von der 4K-Auflösung als ein herkömmlicher, doch deutlich kleinerer TV. Ja, und die 8K-Auflösung, die macht Mangelsmaterial und bei Bilddiagonalen unter 150 Zoll derzeit wenig Sinn. Erst recht, da es momentan keine wirklich nativen Geräte gibt. Und zusammenfassend kann man schon pauschal sagen, dass gerade Projektoren und Laser-TVs besonders von der 4K-Auflösung profitieren. Dementsprechend sind auch alle besseren Heimkino-Projektoren und Laser-TVs mit 4K ausgestattet. Es bleibt jetzt nur noch die Frage, ob nativ oder mit eShift. Ja, und was für euch da besser ist, das müsst ihr selber herausfinden, indem ihr einfach zu einem Arvitekten-Studio in eurer Nähe geht und selber seht, ob ihr den Unterschied zwischen Nativ und eShift überhaupt erkennt. Da wird vielleicht mit manchem Vorurteil aufgeräumt. Das war's wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr demnächst noch mehr lernen wollt mit unserem kleinen 1x1 des Heimkinos, dann abonniert den Kanal, denn schon bald kommt die nächste Folge. Bis dann, euer Eke Schmidt. Tschüss!